Weihnachten früher. Der Rat einer alten Frau. Von Nathalie Malik. Es gibt Menschen, die sagen, in früherer Zeit war Weihnachten ganz anders als heute. Und wirklich. Es war weniger grill. Die Leute hassteten nicht ganz so schnell. Am Baum brannten Kerzen mit echtem Feuer. Die Geschenke waren meistens nicht teuer. Man schenkte sich nicht ganz so viel Kram. Ob deshalb alles von Herzen kam? Man schenkte nicht viel, weil es nicht viel gab. Heute ist es nicht mehr, weil die Menschheit verdarb. Ich denke gern zurück an die Kindertage. Doch ist es so, dass ich manchmal frage, ob so manch anderer gar nicht versteht, dass es den meisten heute besser geht. Ich mag auch lieber Kerzen am Baum. Doch für Feuer sind Kerzen ein Traum. Der Advent ist eine besondere Zeit. Doch früher und heute gibt es auch Streit. Das liegt wohl kaum am Christuskind, doch eher daran, wie Menschen so sind. Darum nimm dir die Zeit, dich manchmal zu besinnen, wenn um dich herum wieder mal alle spinnen. Bleib einfach ruhig. Wenn andere hetzen, lass dich durch Worte nicht gleich verletzen. Wenn andere motzen, löche sie an. Das ist der Rat, den ich geben kann. Das ist der Rat, den ich geben kann.